In allen Bereichen, wo ich mir oft denke, wie kann man denn über einen Daniel Kühlberg im Bundestag diskutieren oder den Namen da irgendwie fallen lassen, das passt einfach auch gar nicht in diese, sage ich mal, Kategorien rein. Und wenn man so in den Zeitungen dann oft präsent ist, dann bleibt es einfach gar nicht mehr aus, dass irgendwie auch mal zu Hause gezeigt wird, wie man lebt. Es ist einfach so, die Leute irgendwie interessiert dann auch auf irgendeine Art. Und das ist einfach auch das Los des Öffentliches, der öffentlichen Person. Und da muss ich jetzt irgendwie, das ist jetzt irgendwie mein Leben geworden. Wir sind jetzt hier, weil wir die erste Geschichte nach Daniels Unfall interviewen wollen, also Fotos machen, Interview machen wollen. Wir wollen wissen, wie es ihm jetzt geht, was er für Verletzungen davon getragen hat, wie er mit dem ganzen Unfallgeschehen fertig geworden ist und wie es jetzt weitergeht. Um zu verhindern, dass täglich Reporter und TV-Teams die Familie belagern, hat Vater Kübelberg eine Homestory exklusiv an eine Presseagentur verkauft. Zugleich ist damit sichergestellt, dass das gesamte Deutsche Boulevard mit den Bildern über Daniels Genesung rund versorgt wird. Was ist das Interessante an Daniel Kübelberg? Also für mich ist Daniel Kübelberg eine Mischung auseinander Muscuri und Harry Potter und ein absolut toller Entertainer. Also er hat möglicherweise nicht die super Stimme, aber er kann Leute unterhalten. Er spaltet die Nation, jeder unterhält sich über ihn, ob er ihn mag oder nicht. Und es passiert ständig was um ihn herum und das macht ihn einfach nach wie vor interessant. Das ist jetzt der Begriff Entertainer, Unterhalter sozusagen neu zu definieren. Das unterhält der, über den man sich unterhält. Ich denke, Unterhaltung ist ja das Gegenteil von Langeweile. Und Langeweile kommt bei ihm einfach nicht auf. Und das ist das, was die Leute auch interessiert an ihm. Er bewegt die Nation. Was ist denn so dein Leibgericht? Also Schinkenpizza, McDonalds und Schinkenpizza von McDonalds oder jetzt? Nein, es gibt keine Schinkenpizza von McDonalds. Also Big Mac mag ich nicht gern. Also ich mag eigentlich sehr ungesundes Essen. Die Boulevard-Kombüse offenbar auch. Warum sollte sie ihren Speiseplan ändern, wenn die Kundschaft sich bestens mit ihren Schnellgerichten verköstigen lässt? Bleibt die Frage, ob sich die Kübelböcks über die Sättigungsprozesse im Klaren sind. Denn bei allem, was man im Übermaß geboten bekommt, vergeht auch der Appetit danach. Das empfinde ich mich natürlich schon sehr krass. Und ich habe auch gedacht, dass sie da extra mit Ü-Warn andrücken. Und dass ich dort live aus dem Krankenbett irgendwie meine Krankenberichte erstatte. Das war für mich auch ein komisches Gefühl. Aber ich muss auch sagen, ich war am Anfang auch nicht einverstanden damit. Aber dann habe ich mir auch gedacht, dass es auch irgendwie wichtig ist, weil die Leute da irgendwie auch gewartet haben nach einer Reaktion von mir. Der Mediendschungel ist schon auch die größte Gefahr. Ich meine, wenn man sich mit vielen Leuten unterhält, die ja schon Jahre oder Jahrzehnte teilweise in der Branche tätig sind, die sagen dann auch immer wieder oder warnen auch immer davor und sagen, also die Medien, die holen dich hoch oder verschlingen dich hier in Dornwald und spucken dich dann als so ein Zeug wieder aus. Also ich denke mir, es ist nicht jede Schlagzeile natürlich nützlich. Wenn zum Beispiel ein Psychologe schreibt, gehört er in die Psychoklapse, dann natürlich fragt sich eine, gehört das jetzt so? Oder die anderen sagen, nein, das stimmt nicht. Ich meine, es ist natürlich nicht jede Schlagzeile nützend. Aber natürlich, wenn man natürlich nicht im Gespräch bleibt, dann ist das natürlich auch nicht gut. Also das ist natürlich, das hat das hartes Geschäft auch. In Köln will es nicht wärmer werden. Auf dem Studiogelände des Kolonäum haben sich die Big Brother Produzenten, die Firma Endemol, eingemietet. Hinter diesen Fassaden, die mit ihren heruntergelassenen Jalousien an eine Geheimdienstaußenstelle erinnern, wird ihre bunte TV-Ware hergestellt. Mit ihrem Verkaufsschlager realisierten sie die düstere Prophezeiung des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol, dass eigentlich jeder ein Star werden kann und sei es auch nur für ein paar Sekunden. Heute hier erschienen sind die Helden der ersten Staffeln. Mit dabei auch Christian, der sich freut, seine Kollegen von damals wiederzutreffen. Endemol hat sie eingeladen, weil es sie braucht. Hier, bitteschön. Also wir als Fernsehmacher, die Produzenten der Sendung, machen sich Gedanken, wir machen uns Gedanken um das Format und um die Soap, die wir produzieren sollen, um die Geschichte. Natürlich gibt es viele drumherum, die das Potenzial von den Kandidaten, die wir dann auswählen, sich darüber Gedanken machen, was man dann machen kann. Aber wir, die das Format machen, denken ans Format. Und da wird nicht drüber nachgedacht, soll jemand singen, tanzen, lachen oder springen. Sondern nur darüber, ob sie helfen, die TV-Ware zu verkaufen. Deshalb sind sie heute hier, um einer neuen Big Brother Staffel Auftrieb zu geben. Das Format ist mittlerweile etwas aus der Mode gekommen. Daher soll eine Auftaktshow die Höhepunkte von gestern den Zuschauern von heute noch einmal in Erinnerung rufen. Doch nach all den Erfahrungen drängt sich die Erkenntnis auf, dass es manchmal besser wäre, nicht immer gleich zu springen, wenn das Fernsehen ruft. Christian hätte viel weniger machen sollen. Nicht alles machen sollen. Nicht in jede Fernsehsendung, nicht jedes Interview. Die Menschen haben dich dann zu schnell satt. Und sagen, ey, den kann ich nicht mehr sehen. Und so ist es ja heute bei Daniel Kühleböck. Den möchte auch keiner mehr sehen. Den sind es ja auch alle satt. Das ist ja auch das Problem in Deutschland. In Deutschland sieht man sehr gerne, wenn einer von unten ganz hoch geschossen wird. Man sieht es aber noch viel lieber, wenn einer von ganz oben wieder runterfällt. Christian und die anderen Teilnehmer betrachten die Zusammenschnitte des nur wenige Jahre zurückliegenden Spektakels wie die Berichte aus einer fremden Welt. Das war der zweitschönste Tag in meinem Leben, um zu Hause zu gehen, nachdenken. Sie sehen sich umjubelt und spüren zugleich, dass der Applaus, die Aufmerksamkeit nicht wirklich ihnen galt, sondern nur der Rolle, die das Fernsehen für ein paar Augenblicke spendiert. Es war schnell rein, es war schnell raus, aber es war effektiv. Ich sehe das so, dass mir vor drei Jahren mal jemand einen Autoschlüssel in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hier, du kannst Ferrari fahren. Wir tanken die denen auch immer auf, wenn irgendwie ein Fleck nur am Armaturenritt ist. Wir machen alles sauber. Jeden Tag kommen irgendwelche Typen, waschen die den Wagen von Hand. Fahr den, fahr die durch die ganze Republik. Wenn da keine Luft mehr im Reifen ist, du musst auch nicht selber den Luftdruck prüfen. Wir machen alles. Wir haben ein komplettes Team für dich. Ja, das habe ich halt gemacht. Und ich bin schön über zwei Jahre mit diesem Ferrari, sinnbildlich gesprochen, durch die Gegend gefahren. Es war super geil, es ging mir super gut. Und irgendwann kam mal einer an und sagt, kannst du uns mal eben den Schlüssel geben? Dann habe ich den abgegeben. Dann sagen mir aber andere Leute immer, heul doch nicht. Du wusstest du, der ist doch nur geliehen. Du wusstest doch, der ist nicht deiner. Ist natürlich richtig, aber wenn du zwei Jahre ein Auto fährst und das auch gewohnt bist, fällt dir das natürlich schwer. Aber viel schlimmer ist natürlich, dass ich jetzt sinnbildlich gesprochen in der Position bin, dass ich mit der Straßenbahn jetzt wieder nach Hause komme und mir dann Leute sagen, ey, hör mal, wo ist denn dein Ferrari? Warum fährst du noch einmal Straßenbahn? Was ist denn los? Läuft es nicht so? Warum hört man denn nichts mehr davon? Wo ist denn dein Wagen hin? Und das ist einfach ätzend. Weil ich bin einfach natürlich alleine nicht in der Lage, mir diesen Ferrari zuzulegen. Und um das jetzt wieder auf die wirkliche Welt zurückzuholen, ich bin nicht alleine in der Lage, eine Fernsehsendung zu moderieren. Ich brauche einen Sender oder eine Produktionsfirma, die sagen, sie wollen mit mir arbeiten. Ich bin nicht alleine in der Lage, eine Platte aufzunehmen und die auf den Markt zu bringen. Ich brauche eine Plattenfirma, die sagt, wir möchten das gerne mitmachen und wir stehen dahinter. Wo Daniels Weg hinführt, es steht in den Sternen. Bei den Filmfestspielen in Cannes laufen die Vorbereitungen für eine abendliche Premiere. Doch nicht für Daniel. Noch nicht. Um dies zu ändern, ist er an der Riviera erschienen, um sich und seinen ersten Spielfilm zu promoten. Doch der rote Teppich ist noch für andere reserviert. Es heißt immer, in Deutschland, als Deutscher schaffst du es wahnsinnig, eine internationale Karriere zu machen. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, mir reicht auch Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem, wenn sich irgendwelche Angebote ergeben, dann bin ich offen dafür. Ich will ja auch meine positiven Energie in die Welt raustragen und das ist ja auch wichtig. Einige deutsche Reporter haben ihre Festivalberichterstattung unterbrochen. Die Umstände lassen für die Boulevardprofis ein skurriles Spektakel erwarten. Fotoshooting vor dem abgesperrten Festivalpalast. Der ehemalige Fassbinder-Schauspieler Uli Lommel hat mit Daniel für ein paar Dollar und einer kleinen Kamera einen Film gedreht, von dem sich Daniel und wohl auch seine erwachsenen Mitstreiter den großen Karriereschub versprechen. Ich glaube, der Daniel hat eine Chance, überall in China, in Japan, in den USA, Russland Fuß zu fassen, weil er ein universelles Talent hat und eine Echtheiten-Authentizität. Allen unten rufen zum Trotz, glaube ich, dass es immer weitergeht mit dem Daniel. Das Wichtige ist, dass er sich neu erfindet. Bei Christian sind die Dinge in Bewegung gekommen. Endemols aktuelle Big Brother Staffel bereitet Probleme. Damit die Quoten besser werden, haben sie den Provokateur für eine wöchentliche Nachrichtenkolumne in die Serie geholt. Er soll über die Bewohner der Fernseh-WG spotten. Ein bewährtes Rezept, das dem fünften Aufguss etwas Würze verleihen soll. In einem Studio, wo sonst eine Kochshow hergestellt wird, präsentiert der Nominator nun wöchentlich seine News. Aber ist es ihm zu verübeln, dass er wieder am TV-Tisch sitzen möchte und auf kleiner Flamme mitköcheln will? Also ich bin ja in der Tat ein Freund der kleinen Gesten. Das meine ich jetzt auch wirklich ganz unironisch. Und beim letzten Mal, als wir hier waren, war ich ja etwas geknickt, dass ich bei Endemol nichtmals persönlich begrüßt wurde. Ha! Jetzt bin ich aber sogar schon wieder zum Sommerfest eingeladen. Und nicht nur so handschriftlich, sondern sogar auf der Einladungskarte meinen Namen gedruckt. Das freut mich. Und ich meine, klar, ich bin ja auch jetzt wieder an Bord. Ich bin in der montaglichen Big Brother Live Sendung immer mit einem eigenen Format dabei, mit den Big Brother News, wo ich dann eben sehr satirisch und ironisch die gesamte Woche im Haus aufarbeite und die Bewohner auf den Arm nehme. Und ist natürlich für mich perfekt, weil ich kann zeigen, dass ich Schauspieler bin, dass ich Comedy-Texte selber schreibe, verfasse, die produziere und verarbeite und bin zusehen wieder in dem Format, eben im Fernsehen präsent, woher mich die meisten Zuschauer kennen. Ich denke, das ist absolut der Schritt in die richtige Richtung zum letzten Zeitpunkt. Man wird sehen. Und kann man es einem 18-Jährigen verdenken, wenn er nach einem Jahr voller Verrücktheiten daran glaubt, dass alles möglich ist? In einer Welt, die ihre schnellen Helden so feiert, bis sie nicht mehr erkennen können, wo sie in Wirklichkeit stehen und welches Stück in Wahrheit gespielt wird. Wir planen eine Show in Las Vegas, also eine Bühnenshow. Und ich vertraue da einfach ganz und voll Uli Lommel, weil der sich einfach da auskennt und bin gespannt, wenn er sagt, in Las Vegas gibt es irgendwas, und dann kommt man natürlich hin und tritt auf. Und nächste Woche in Betrift? Hunderttausende von Kleinanlegern wurden in den 90er Jahren überredet, Eigentumswohnungen zu erwerben. Über fünf Jahre hat ein Fernsehteam das SWR einen Fall mit mehreren tausend Anlegern intensiv beobachtet. Der größte Immobilienskandal in der bundesdeutschen Geschichte. Die Bausparfalle. Das Thema in Betrift. Nächsten Montag, 22.30 Uhr im Südwestfernsehen. Unser drittes. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020